Wie bei Webbywopp, Webbers Kind sind blott, sie hocken auf dem Stühle und plätzen ihre Schühle. Da kommt ein weisses Büssele, stellt ihnen ihre Plätze, bringt über einen Baum auf, dann runter ins Wirtshaus, schlägt alle die Tauer aus, trinkt alle die Gläschen aus, kommen am Abend nach Hause mit einem Arm voller Dreck am Bein.